Nach faszinierendem Welt von Eintracht Frankfurt steht eine erstaunliche Enthüllung kurz bevor. Und du wirst von dieser Aussage überrascht sein. Nach einigen Berichten vor ein paar Tagen muss er nun seine Aussage korrigieren und sich nach den gescheiterten Versuchen, gute Spieler für den Kader zu gewinnen, wieder ins rechte Licht rücken. Adler Tolger, bevor ich dir alles erzähle, wenn du es gehe liebst, hinterlasse einen Daumen nach oben unter diesem Video, damit du die neuesten und wichtigsten Hintergrundinformationen erhältst. Kröscher gibt ein Statement ab und stellt klar, dass Spieler ohne Verein kein Problem sind, angesichts der früheren Kontroverse vor einigen Tagen. Eine mysteriöse Geschichte rund um den verspäteten Wechsel von Randal Kolumbani zum Paris Saint-Germain hat die Fans gespannt gemacht. Und was als nächstes kommt, wird dich überraschen. Kröscher hat volles Vertrauen in sein Team. Selbst nachdem sie keinen direkten Ersatz für Randal finden konnten, betont er, wir haben einen breiten Kader, eine vielfältige Mischung von Spielern, die bereit sind, diese Lücke zu füllen. Außerdem entwickeln sich einige Talente aus unserem zweiten Team. Die Entscheidung, Spieler ohne Verein nicht zu verpflichten, ist für sie also kein Problem. Aber hier kommt die Wende. Dies wurde gesagt, um die Tatsache zu überdecken, dass sie keinen der gewünschten Spieler verpflichten konnten. Daher war Kröschers Aussage ein Versuch, diese Lücke zu füllen, denn die Verstärkung des Kaders wird im Winter kommen. Elie Wahi sollte ursprünglich Randal Kolumbani ersetzen, aber die Verhandlungen zogen sich so lange hin, bis er zum Montpellier wechselte. Eintracht Frankfurt flirtete auch kurzzeitig mit Anthony Modest, aber seine Reise führte ihn nach Ägypten. Jetzt kursieren Gerüchte über die Suche nach einem Stürmer im Winter in den Gängen des Vereins. Adler Träger, was hältst du von dieser kühnen Entscheidung von Kröscher? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten und bleibe dran, um die nächsten Wendungen in dieser elektrisierenden Geschichte von Eintracht Frankfurt zu erfahren. Und vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu lassen, um uns deine Unterstützung zu zeigen. Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine wichtigen Details zu den Hintergrundinformationen verpasst. Bis zum nächsten Mal, bleib dran!